Ich habe jetzt auch kein Problem, einfach mal nach Zürich zu gehen, am Nachmittag. Aber ich halte so Filme gerne. Und auch andere. Darum habe ich mich schon angelegt. Das ist von diesem Film, wo es um Jennifer geht. Ich schwöre doch, hier ist der Hingereingang. Aber dort ist noch jemand. Der lacht so. Kannst du etwas? Ja. Das ist eine kleinere Kino. Die Stühle waren nicht so viel, wie es auf dem Plan war. Hören wir rein? Jetzt steckt die Spannung schon ein wenig. Ich glaube, sie warten auch alle. Auch auf ihn. Das ist eine Chance, nicht zu erklären, dass es viele Leute hier hat. Was ist jetzt für Zeit? 1 ab 4. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Ich frage mich einfach, woher die Leute rauskühlen. Was ist jetzt für Zeit? Jaha. Die ist jetzt dort einfach rein. Wie lange dauert der Film noch? 5 ab 5. 5 ab 5? 5 ab 5 hast du gesagt? Nein, 5 ab 5. 5 ab 5. Also 16 in 35. Super. Ist es gut so? Entschuldigung. Oh, Fotokamera. Entschuldigung, war der Christian Dimmer? Nein, das ist der Marc. Er ist noch ein von den Produzenten. Und wie sieht der aus? Ich habe mal ein Zeichen, wenn ich ihn finde. Soll ich ihn raus holen? Das wäre gut. Genau. Du bist vom Film? Ja. Wirklich? Ja. Du redest ja Schweizerdeutsch? Ja, genau. Das ist ein Schweizerprodukt? Ja. Wirklich? Ich bin Schweizer. Hallo überhaupt. Ich bin Regula. Ich freue mich. Wieso ist er denn nicht da? Christian? Ja. Er musste weiter, weil er sehr viel zu tun hat. Er hat in Deutschland, ich weiss nicht wie es in der Schweiz ist, ich kann es nicht einschätzen, aber er hat in Deutschland einen sehr gefragten Mann. Aber hier steht ja, dass er eigentlich kommt. Er war gestern da, für die Haupen mir am Anfang. Aber er hat es jetzt nicht mehr geschafft. Er ist das gelogen? Das kann gut sein. Kannst du ihm das geben oder unterschreiben? Und dann wird es so geschickt. Und dann auf Facebook posten. Okay. Ich schreibe jetzt den Namen auf. Kast? Was ist Kast? Es ist Fernse von Ihnen. Fernse? Was ist Kast? Das müssen wir uns schon kurz erzählen. Ich habe es schon zu ihr noch gefragt, aber sie wissen nie genau. Ich glaube, sie wissen selber nicht, was es ist. Okay. Es ist sehr schwer langsam. Ich verstehe, ja. Und ich habe Durst. So. So. Genau. Mit Jonas zwischendurch. Genau. Super. So neben dir. So. So. Super. Dann ist er dabei gewesen. Ja, ist jetzt ein verdammtes Scheiss. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber irgendwie nach Hause gehen kann ich auch noch nicht. Wenn ihr das soll ich nachher sagen, ich habe irgendwie den gar nicht getroffen. Das ist schon verdammtes Witz. Ich lache mir dann alle aus. Ich will nicht, dass mir dann alle auslachen. Ist nicht heute Abend noch... Da die... Heute Abend hat es vielleicht so einen Teppich? Und dann so... Werden nicht an die Preise verdält? Heut ihr so Tickets für dort hin? Hä? Ja. Wieso nicht? Ja, aber die sind vom Fernsehen. Ja, aber die sind vom Fernsehen. Ja, aber die sind vom Fernsehen. Ja, und? Aber ja... Wie kommt man denn dort hin? Wenn man eine Einladung hat. Und wie bekommt man so eine Einladung? Das sind halt alle so in Abendkleidern und so. Okay. Also man sollte einfach so aussehen wie jemand aus einem Film. Ich müsste einfach irgendwie aussehen wie jemand aussehen. Und dann komme ich nachher hin, oder? Und das wäre dann... Ich meine, wenn ich nachher in die Uhr komme... Vielleicht sehe ich gleich den anderen, oder? Sein Film ist ja dort. Und vielleicht ist er auch dort. Und dann hat er einfach nicht rausgekommen. Und vielleicht ist er etwas schür. Ja. Aber warte, brauche ich jetzt unbedingt Sachen. Ich brauche... Ich brauche... Ein Outfit. Und ähm... Ich brauche unbedingt jemanden, der schul ist. Weil doch dieses Leben so schul ist.